In zwei Wochen wieder verfügbar. Woher wissen die eigentlich, wann meine Ware wieder verfügbar ist? Und wieso wissen die schon vorher, was ich bestelle? Schon wahnsinnig, wie schnell heute jedes Paket sein Ziel erreicht? Fehler kann man sich heute nicht mehr erlauben. Woher weiß ich also, dass jedes Paket zur richtigen Zeit da landet, wo es hin muss? Alles muss heute wahnsinnig schnell gehen. Unzählige Paketnummern. Unfassbar viel Information. Woher wissen die Kollegen eigentlich, wann welches Paket wo zu stehen hat? Zum Glück ist unser System wegeoptimiert. Hunderte Schiffe. Tausende Container täglich. Woher wissen wir eigentlich, dass in jedem Einzelnen alle avisierten Produkte enthalten sind? Und wer sorgt dafür, dass wir wissen, welcher Container wann ankommt und auf seine weitere Reise geschickt wird?